Larry war LKW-Fahrer, doch sein lebenslanger Traum war das Fliegen. Nach seinem Schulabschluss trat er in die Luftwaffe ein, mit der Hoffnung Pilot werden zu können. Leider war ihm aufgrund seines schlechten Sehvermögens der Zugang zu diesem Beruf versperrt. Als er schließlich die Armee verließ, musste er sich damit zufriedengeben, die Kampfflugzeuge zu beobachten, die über die Himmel jagten. Wenn er in seinem Gartenstuhl in seinem Hof saß, träumte er vom Fliegen. Und eines Tages hatte Larry Walters eine Idee. Er fuhr in die Stadt und kaufte eine Flasche Helium und 45 Wetterballons. Das sind keine gewöhnlichen Luftballons, die man für Partys verwendet, sondern widerstandsfähige Ballons, die, wenn sie voll aufgeblasen sind, einen Durchmesser von mehr als einem Meter haben. Larry knotete die Ballons an seinen Gartenstuhl. Den Gartenstuhl band er an die Stoßstange seines Jeeps fest. Danach füllte er die Ballons mit Helium. Dann packte er einige Sandwiches und etwas zu trinken ein und holte sein Gewehr. Denn um zu landen, wollte er einfach einige Ballons zerschießen. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Nachdem er seine Vorbereitung abgeschlossen hatte, setzte sich Larry Walters in seinen Stuhl und zerschnitt die Schnur, die ihn auf der Erde hielt. Er hatte geplant, langsam in die Luft aufzusteigen, ein wenig zu schweben und dann gemächlich zur Erde zurückzukehren. Doch es lief nicht ganz so, wie er sich vorgestellt hatte. Als Larry das Seil zerschnitt, stieg er nicht langsam auf. Er schoss wie eine Rakete in die Höhe. Auch blieb er nicht bei wenigen hundert Fuß Höhe stehen, sondern stieg auf elftausend Fuß. In dieser Höhe konnte er es nicht riskieren, ein paar Ballons zu zerschießen, weil er sonst das Gleichgewicht verloren hätte und abgestürzt wäre. Darum blieb er oben und schwebte 14 Stunden lang in dieser Höhe über die Erde, ohne zu wissen, wie er wieder herunterkommen sollte. Schließlich kreuze Larry den Luftkorridor des Flughafens in Los Angeles. Ein Pilot informierte den Tower. Er sei gerade in elftausend Fuß Höhe an einem Burschen in einem Gartenstuhl mit einem Gewehr auf dem Schoß vorbeigeflogen. Was hätte ich darum gegeben, dieses Gespräch anzuhören? Bei Einbruch der Dunkelheit drehte der Wind an der Küste ab. Larry wurde aufs Meer hinausgetrieben. Die Marine schickte einen Hubschrauber los, der ihn retten sollte. Doch die Rettungsmannschaft hatte große Schwierigkeiten, Larry zu erreichen, weil der Luftzug, den ihr Rotor verursachte, ihn immer weiter von ihm wegtrieb. Schließlich gelang es ihnen, sich über ihn zu setzen und ihn mit Hilfe einer Rettungsleine langsam zur Erde zurückzulotsen. Unten angekommen, wurde Larry sofort verhaftet. Als er in Handschellen abgeführt wurde, rief ihm ein Fernsehreporter zu, Mr. Walters, warum haben Sie das getan? Larry blieb stehen, sah dem Mann und erwiderte, Man kann doch nicht einfach nur herumsitzen. Man kann doch nicht einfach nur herumsitzen. Dieser Larry gefällt mir. Der macht sich Gedanken, er geht neue Wege, er bricht auf aus dem Träumen vom Fliegen und setzt dagegen einen senkrechten Start. Auch wenn er dabei ein wenig über das Ziel hinausschießt. Aber mutige Aufbruchstimmung ist besser als resignative Lagermentalität. Das möchte uns auch der Schreiber des Hebräerbriefs deutlich machen, wenn er in Hebräer 13, Abvers 12 schreibt, So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Ein erster Gedanke, mutige Aufbruchstimmung statt resignativer Lagermentalität. Der Schreiber des Hebräerbriefs ermutigt seine Leser damals und damit auch uns heute. Lasst uns zu ihm hinausgehen, aufbrechen. Damals wie heute bedeutet das, das alte Leben ohne Jesus hinter sich zu lassen. Das Verlassen all dessen, wo Gott nicht ist. Und dorthin zu gehen, wo Jesus ist, hinauszugehen zu Jesus. Doch bleiben wir zunächst beim Verlassen des Alten, vielleicht auch beim Verlassen des Festgefahrenen. Hier müssen wir uns ständig selbst prüfen. Ist das, was gestern noch das Beste war, heute wirklich noch gut? Auch heute noch gut? Ist das, was gestern noch richtig, ganz sicher Gottes Weg und Gottes Wille für uns war, ist das auch heute noch sein Weg? Was ich damit sagen will, ist, dass wir immer neu nach Gott fragen müssen. Wenn wir einmal etwas mit Gott geklärt haben, heißt es nicht, dass wir darüber nie mehr mit ihm zu reden brauchen. Ich will es mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Es kann sein, dass Gott mich eines Tages zu einer Aufgabe beruft. Zum Beispiel einen Hauskreis zu leiten. Aber jetzt mache ich das schon fünf Jahre. Nun könnte es mir passieren, dass Gott mich längst woanders haben will. Aber dass ich das nie gemerkt habe. Warum? Weil ich Gott nie gefragt habe. Einmal geklärt, immer geklärt. So einfach ist es bei Gott nicht. Gott ist viel flexibler, als wir immer denken. Gott bricht öfters auf, als wir oft hinterherkommen. Und deshalb ist es so wichtig, immer im Gespräch mit Gott zu bleiben. Wo er mich haben möchte. Nicht, dass ich plötzlich an einem Ort stehe und Gott ist längst woanders. Wenn Gott aufbricht, möchte ich dabei sein. Ein anderer Bereich, wo ich denke, dass Aufbruch immer neu wichtig ist, ist unsere stille Zeit oder unsere Andachtszeit mit Gott. Die Zeiten, die ich allein im Kontakt mit Gott verbringe. Ich habe mit vielen Christen gesprochen, die mir gesagt haben, mir bringt Bibel lesen und so weiter nichts mehr. Am Anfang waren sie fröhlich dabei. Sie haben tolle Erfahrungen mit Gottes Wort gemacht. Gott hat sie direkt angesprochen. Sie haben das Gehörte im Alltag umgesetzt. Und dann mit der Zeit wird alles zur Routine. Zuerst eine hilfreiche Routine und dann plötzlich eine tötende, lähmende Routine, wo wir Gott nicht mehr begegnen. Lasst uns zu ihm hinausgehen. Aufbrechen, neue Wege gehen. Vielleicht ist ein anderer Ablauf der Andachtszeit mit Gott dran. Vielleicht ein anderer Bibelleseplan, eine andere Tageszeit oder einfach eine andere Form. Komm da drüber ins Gespräch mit Gott. Was gestern noch gut war, kann heute schon schlecht sein. Auch hier ist mutige Aufbruchstimmung notwendig. Gott hat so viele Ideen. Er wird dir helfen, neuen Wind in deine persönliche Zeit mit Gott zu bekommen, mit Gott zu bringen. Jetzt gilt es aber nicht einfach nur aufzubrechen, einfach aufzubrechen, sondern der Aufbruch hat ein Ziel, nämlich Jesus. Lasst uns hinausgehen zu Jesus, heißt es in unserem Text. Und damit sind wir bei einem zweiten. Nur wer ein Ziel hat, kommt an. Der Hebräer Schreiber sagt nicht einfach nur, verlass das Alte, sondern er ermutigt, brecht auf zu Jesus. Verlass das Alte Leben, in dem Gott keine große Rolle gespielt hat und brecht zu Jesus auf. Das kann für manche auch ein großer Aufbruch sein. Ich weiß nicht, welche Rolle Gott bisher in ihrem Leben gespielt hat. Wenn es nur eine kleine war oder inzwischen eine kleine Rolle geworden ist, dann wäre heute die Chance, neu aufzubrechen und den Kontakt mit Gott wieder aufzunehmen. Vielleicht sagen Sie, aber wieso? Bisher lief es doch auch so ganz gut. Wozu brauche ich Gott? Ich kenne mich aus. Ich komme allein durchs Leben. Ich brauche keinen, der mir zeigt, wo es lang geht. Mir reicht Gott für den Sonntag. Den Alltag packe ich ohne ihn. Keine Frage, dass wir an sonnigen Tagen und ohne Probleme gut zurechtkommen. Wir wären ja dumm, wenn wir das nicht schaffen würden. Bei Sonnenschein gute Laune haben, das ist keine Kunst. Es ist aber kein Geheimnis, dass das Leben nicht nur aus sonnigen Tagen besteht. Es gibt auch dunkle Stunden. Über die reden wir natürlich mit niemandem. Aber wir haben sie, wir kennen sie. Ich rede von den Stunden, wo sie alleine auf der Bettkante sitzen und weinen, weil irgendetwas schiefgegangen ist. Weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Weil sie nicht mehr darüber raussehen. Weil sie irgendetwas nicht packen. Das sind die Stunden, wo sie sich wünschen, jetzt müsste mir einer sagen, wo es lang geht. Und Jesus sagt, der bin ich. Wenn du zu mir kommst, dann siehst du klar und dann kommst du klar. Und deshalb bitte ich sie, brechen sie auf zu Jesus. Kommen sie heraus aus dem alten Trott auf neue Wege. In eine lebendige Beziehung zu Jesus. Fragen sie ihn, wie es weitergehen soll. Wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Bitten sie ihn, um Kraft, das tägliche Schwere zu bewältigen. Es geht also nicht ums Aufbrechen um jeden Preis, sondern es geht um den Aufbruch zu Jesus. Vielleicht waren sie ja früher mal zusammen mit Jesus. Aber er ist inzwischen weitergegangen. Und der Abstand zwischen Gott und ihnen hat sich langsam immer mehr vergrößert. Heute ist die Chance, wieder zu ihm zurückzukehren. Und noch ein drittes. Man kann nicht bergauf kommen, ohne bergan zu gehen. Der Prätext gibt uns zu unserer Aufbruchstimmung noch einen hilfreichen Gedanken mit. Wir sind noch unterwegs. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Das letzte Ziel steht noch aus. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Manchmal wird uns das bewusst, wenn wir wieder mal, wenn wir durch Tod, wenn jemand durch Tod von uns gegangen ist, dann wird uns bewusst, dass wir nur auf der Durchreise sind. Und doch fehlt uns weitgehend der Blick für dieses letzte große Ziel. Wir haben es uns ja auch ganz gut hier eingerichtet. Und dagegen ist auch absolut nichts zu sagen. Aber bei all unserer Diesseits-Verbundenheit darf uns eines nicht aus dem Blick geraten. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Was bleibt uns, wenn der letzte Tag kommt? Was bleibt uns, wenn unser Leben zu Ende geht? In einem Hauskreis haben wir uns einmal die Frage gestellt, was würde ich anders machen, wenn ich wüsste, morgen kommt Jesus wieder? Oder man könnte es genauso fragen, was würde ich anders machen, wenn ich wüsste, heute ist der letzte Tag meines Lebens? Würde ich etwas anders machen? Was zählt letztendlich dann noch? Bin ich noch unterwegs auf das Ziel zu oder sitze ich schon fest? Man kann nicht bergauf kommen, ohne bergan zu gehen. Es kommt auf das Gehen an. Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch unterwegs. Und nur wer immer Neuaufbruch wagt, ist wirklich unterwegs. Wenn wir den Gipfel aus den Augen verlieren, dann dauert es viel länger, bis wir oben ankommen. Wir müssen bergan gehen, um das Ziel zu erreichen. So schnell schleicht sich die Sesshaftigkeit ein. Als wir uns im Hauskreis eben diese Frage gestellt haben, was würde ich anders machen, wenn Jesus morgen wieder käme, da habe ich gemerkt, mit wie viel Nebensächlichkeiten vergeude ich meinen Tag? Wie viel Unwesentliches nimmt mich täglich gefangen? Es geht nicht darum, jetzt abzuheben und zum Jenseitsträumer zu werden. Nein, wir leben dieser Welt und unsere Füße sollten den Boden berühren. Aber wir sind unterwegs. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Diese Spannung gilt es täglich neu auszuhalten, im Gespräch mit Jesus. Bereit, jederzeit neu aufzubrechen. Dann sind wir wirklich unterwegs. Vielleicht fliegen wir da nicht mit gasgefüllten Luftballons durch die Gegend, sodass uns die Polizei herunterholen muss. Aber vielleicht können wir dann auch aus vollem Herzen einstimmen mit Larry, dem LKW-Fahrer, der seine Flugträume umsetzt und sagte, man kann doch nicht einfach nur herumsitzen. Amen.